so grüße euch ich grüße jeden der auf diesen verrückten was war das denn nerd krempel steht wie ich ja diesmal netflix stranger things everyday mag ich musste mir einen neuen ich musste mir schon wieder einen neuen mag holen ohne scheiß ich habe jetzt schon ich bin so ein nerd ich habe tassen für weiß ich nicht wie viele leben auf jeden fall wer meine videos erfolgt weiß dass ich schon wirklich wirklich viele videos über max gemacht habe als letztes ich glaube drei vier videos davor die menschen mega geil ist auf jeden fall echt schön fühlt sich ein bisschen an ein bisschen komisch an aber aber ist trotzdem geil so und das ist der hawkens place a cake welcome you best food and games in ich muss definitiv mehr fernseh gucken ich muss definitiv mehr serien gucken aber man hätte ja leider auch nur ein leben so das ist total gruselig so ein scheiß ja auf jeden fall sie so sieht der mark aus ist eigentlich ganz cooles ding wenn man ihn für einen guten kurs kriegt kann man ihn mitnehmen dann nimmt man die mit zur arbeit oder hat ihn zu hause oder was auch immer wo auch immer ist ein schönes ding ist nicht so gut wie der demon slam mark aber ist trotzdem cool ja wie immer kurzes video ich lasse euch den link unten drin lasst mir ein kommi lasst mir ein abo da würde mich freuen von euch zu hören bis zum nächsten mal tschau 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 tschau